Und in Washington begrüße ich unseren Korrespondenten Stefan Niemann. Stefan, bleiben wir mal beim Thema Impfstoffe. Auch da gilt für den US-Präsidenten America First. Hier in Europa spricht man inzwischen bereits vom Impfstoffkrieg. Was ist denn die Realität? Wie will er das durchsetzen? Also mit Kriegsrhetorik bin ich ein bisschen vorsichtig, aber Sie haben recht. Der Präsident gibt hier wieder den Cheerleader in chief. Also er versucht der Nation den Eindruck zu vermitteln, dass Optimismus angebracht ist. Er will bis Ende des Jahres oder Anfang 2021 spätestens einen Impfstoff entwickelt haben, mit dem dann alle mehr als 300 Millionen Amerikaner versorgt werden sollen. Wie will er das machen? Mit einer Operation Warp Speed, so nennt er diese Initiative. Ein Begriff aus der Science Fiction übrigens. Warp Speed ist also ein Antrieb, der in Überlichtgeschwindigkeit Raumschiffe durch das All treibt. Und in dieser übertragenen Sinne schnellen Geschwindigkeit soll nun dieser Impfstoff entwickelt werden. Und Experten halten das für gelinde gesagt unmöglich. Der Präsident ist überzeugt, dass wenn man alle Kräfte bündelt in Amerika, die freie Wirtschaft, die Regierung und auch das Militär, das die Logistik unterstützen soll, dann könne das gelingen. Und er hat also diese Initiative vorgestellt. Zehn Milliarden Dollar sollen da reinfließen. Und Chef des Ganzen soll der ehemalige Impfstoffentwickler von GlaxoSmithKline sein. Also ein Pharma-Manager, der diese Taskforce, also eine weitere Taskforce nun leiten soll. Sie haben es gerade selbst angesprochen. Immer wieder muss Donald Trump in seinen Aussagen von Medizinern aus seinem Umfeld ja auch korrigiert werden. Wie steht es denn in Anbetracht allein dieser Tatsache um seinen Rückhalt in der Bevölkerung? Ein Medical Journal, ein sehr renommiertes, hatte ja Jungs gesagt, wir brauchen eigentlich einen anderen Präsidenten. Ja, der Präsident hat, das ist kein Geheimnis, Haarsträubendes gesagt in medizinischer oder virologischer Hinsicht und vermittelt häufig den Eindruck, er habe gar nicht genau verstanden, was das eigentlich für ein Virus ist, wie ansteckend er ist und warum das so gefährlich ist alles. Aber das ändert den Rückhalt bei seiner Basis nicht besonders. Es ist ja bekannt, dass Trumps Anhänger zu ihm halten, völlig unabhängig davon, was er sagt, auch wenn das manchmal Unsinn ist oder übertrieben ist oder reine Prahlerei ist. Die Experten schütteln den Kopf und machen sich große Sorgen, weil er eben oft auch irreführende Signale sendet an die Bevölkerung. Es ist ja bekannt, dass er versucht, die Wirtschaft wieder zu öffnen, das Land wieder zu öffnen, einfach auch damit die wirtschaftlichen Folgen dieser Krise, die Massenarbeitslosigkeit, noch rechtzeitig vielleicht aufgefangen oder abgemildert werden können, bevor er ja im November zur Wiederwahl antritt. Also alle wissen, dieser Mann ist natürlich auch von Wunschdenken und Zweckoptimismus getrieben, weil er ahnt, sollten die USA sich zum Wahltermin noch in einem düsteren Tal der Corona-Depression befinden, in einer Rezession, dann sind die Chancen auf Wiederwahl natürlich deutlich geringer. Auch deshalb gibt er sich so zweckoptimistisch. In Europa beobachtet man auch sehr argwöhnisch die Rhetorik in Richtung China. Ist das nur ein Säbelrasseln des Präsidenten, um, sagen wir mal, von anderen Problemen, wie beispielsweise der Corona-Pandemie abzulenken? Oder ist das ein ernsthaftes Wiederauflammen? Na, es ist naheliegend, dass es zunächst mal Rhetorik ist. Das meandert ja auch munter hin und her. Also mal ist Xi Jinping sein bester Freund. Er hat ihn ja noch im Januar, Februar gelobt für die chinesischen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie, damals noch Epidemie in Wuhan. Nun ist der schwarze Peter sozusagen in Peking. Es ist ja auch für den Präsidenten bequem zu sagen, die Chinesen sind schuld, hätten dies bloß besser eingedämmt. Dann hätte ich jetzt nicht dieses Problem. Aber richtig ist, es knirscht im Verhältnis zwischen Washington und Peking. Ja, auch vorher schon der groß angekündigte Deal des Handelsabkommen nach diesen Konflikten mit Peking. Das hat ja noch keine Früchte getragen. Die Chinesen haben nicht annähernd so viele US-Waren gekauft wie versprochen. Auch das ist natürlich sauer aufgestoßen im Weißen Haus. Bei all dem darf man nicht vergessen, dass die Vereinigten Staaten ja eigentlich mitten im Wahlkampf sind, nachdem Bernie Sanders ausgestiegen ist und Joe Biden in Anführungsstrichen jetzt der alleinige Herausforderer sein wird mutmaßlich. Was macht diese Pandemie in den Vereinigten Staaten mit all den Folgen, die dieses Land jetzt zu schultern hat mit dem Wahlkampf? Ja, das sind natürlich merkwürdige Duelle, wenn man so will, zwischen Joe Biden und Donald Trump. Trump kann diese Wahlkampfauftritte, die er so liebt, das Bad in der Menge, die provozierenden Parolen von der Bühne ja im Moment nicht absolvieren. Das fehlt ihm, das spüren wir ganz deutlich. Und deswegen münzt er diese Pressekonferenzen oder Auftritte vor Presse im Rosegarten, etwa im Weißen Haus, quasi um zu Wahlkampfveranstaltungen mit zum Teil derselben Rhetorik, was hier für einiges Kopfschütteln sorgt in Washington. Aber sein Konkurrent sitzt im Keller, buchstäblich Joe Biden, versteckt sich quasi in seinem Haus in Delaware. Der Mann ist ja auch hochbetagt, gehört also zur Risikogruppe. Der kann natürlich auch nicht durchs Land touren und Hände schütteln. Es gibt keine Wahlkampfveranstaltungen. Der versucht sozusagen mahnend als Voice of Reason, als Stimme der Vernunft sozusagen daran zu erinnern, dass das Krisenmanagement des Präsidenten lausig gewesen sei und hofft, dass die meisten Amerikaner ihn für geeigneter halten. Aber es ist schwer, Wahlkampf zu führen in diesen Zeiten. Das spüren wir ganz deutlich in beiden Lagern. Ich sage herzlichen Dank. Stefan Niemann nach Washington.